hallo und herzlich willkommen zum nächsten video der sachsengriller heute ist wieder freitag wir haben wieder die aufgabe bekommen ein gericht zu zaubern und wir sind heute mal in der ausmannskost hängen geblieben wieder und es gibt heute eine würsingkohlroulade wie wir die gemacht haben was wir dazu brauchen das zeigt der andere für unsere würsingrouladen brauchen wir natürlich den hauptdarsteller diesmal kein fleisch sondern ein würsing dann haben wir zum füllen hackfleisch das werden wir dann mit unseren gewürzen vom achterhof würzen diese wären diesmal salz pfeffer thymian majoran und koriander und dann brauchen wir ein bisschen brühe die seht ihr hier und wie es jetzt weitergeht das zeigt euch der zusammenbau der würsingroulade beginnt das ist eigentlich wirklich ganz simples und einfaches rezept was heute machen wir haben hier eben das hackfleisch jetzt ordentlich abgewürzt das auch ganz wichtig dass er das richtig schön mit salz pfeffer und die ganzen anderen gewürzen schön abwürzt dann nehmen wir uns eine handvoll verteilen das in unseren würsingblatt tun es zusammenrollen und ein nächstes würsingblatt wieder zusammenrollen und weil der würsing uns so gut schmeckt nehmen wir natürlich noch ein drittes würsingblatt marco hat sich jetzt eingeschossen auf den würsing ok so sieht unsere würsingroulade dann aus hier werden wir dann noch zwei drei zahnstocher rein machen dass das würsing uns nie auseinander geht ihr könnt natürlich auch küchenkorn nehmen oder rouladen nadeln oder wasser zur hand habt ich mache die restlichen jetzt fertig und dann sehen wir uns natürlich schon am touchofen wieder am touchofen sind wir angekommen heute haben wir den mal in unseren kugelgrill hereingestellt das geht auch wunderbar mit den ft6 von petromax ein ein bisschen schmalz zum anbraten und dann kommen schon unsere hauptdarsteller mit hinzu diese werden wir jetzt von allen seiten ordentlich schön anbraten vier stück haben wir gemacht passen genau in ein ft6 rein mit unseren ganzen zutaten mengen listen und so weiter fast das optimal wir braten jetzt an und dann sehen wir uns schon wieder natürlich nur vier stück von unserer größen vorstellung einer würsingroulade stimmt unsere würsingrouladen haben wir jetzt ringsherum schön angebraten jetzt kommt unsere brühe mit hinzu so dass sie drei viertel bedeckt sind die rouladen das lang vollkommen zu dann kommt deckel drauf ein paar kohlen werden wir hier oben noch drauf legen und dann war es das schon und ich schätze mal so stündchen zeit geben wir den rouladen und dann schauen wir mal nach ein stündchen ist vorbei wir schauen mal nach was unsere würsingrouladen so treiben die sehen erst mal wunderschön aus würde ich sagen und um zu überprüfen ob das eigentlich drinnen schon fertig ist gibt es natürlich mehrere möglichkeiten ihr könnt natürlich ein thermometer reinhalten und die temperatur überprüfen ich nehme einfach mal hier so einen kleinen schaschlik spieß und piks mal rein und da spürt man wenn das fest ist in drinnen dann ist es durch das hackpeter und es ist fertig deswegen würde ich sagen es ist fertig ich werde mir jetzt den marco noch mit dazu holen und dann werden wir das mal verkosten ja wieder mal soweit der andere hat gerufen der touchofen ist ausgekühlt beziehungsweise ausgeräumt unsere würsingroulade wären fertig zum verkosten was wir jetzt natürlich auch tun ich nehme mal die füllung du fängst bestimmt mit dem gemüse an oder selbstverständlich das gemüse ist mir zu zäh man merkt wieder das hackfleisch ist sehr gut gewürzt macht wirklich sehr viel aus aber auch der würsing das finde ich immer so schön wenn der angebraten ist diese röstaromen und der kohl dazu das ist ein schöner geschmack so einwandfrei also die würsing wenn man sich kohlverladen machen sollte würde ich auch auf würsing zurückgreifen da ist einfach geschmackvoller finde ich von der konsistenz und natürlich auch von der verarbeitung her angenehmer ja weil wenn man den mit weißkohl machen muss mache ich zumindest so macht vielleicht jeder anders aber den weißkohl den muss man erst im wasserbad erhitzen dass die blätter besser abgehen ansonsten brechen die durch beim würsing nimmt man den sich einfach so schält so runter Hackebäder rein Dutch Öfen rein ganz schnelle einfache geschichte und ich esse jetzt was oder auch natürlich ein Nebentopf machbar genau das will ich vielleicht noch dazu sagen unsere ganzen Gerichte die wir hier machen das ist nicht bloß für Grill für Dutch Ofen oder sonst irgendwas geeignet die könnt ihr auch alle in eurer heimischen Küche nachbasteln das ist überhaupt kein Problem ob ihr die im Bräter nach macht oder in der Pfanne auf dem Herd oder sonst irgendwas ist alles für die Küche tauglich genau um das ganze jetzt abzukürzen wenn euch das Video gefallen hat gebt uns einen Daumen nach oben ja abonniert unseren Kanal genau und somit verpasst ihr keine Folge mehr dann würde ich sagen wir lassen uns schmecken und euch ein schönes Wochenende eure Sachsengriller André und Marco Ciao Ciao